Wie steht's mit Fleisch? Oh, mit zwei Fleisch. Ich komm zu hart runter. Sonnig in Lava-Fels ist ja alles okay. Jetzt werde ich den versuchen. Oh, vielleicht sind unten Diamanten. Du hast aber noch keine Eisenspitzhacke. Ja, und ich hab aber Eisen mit. Und oft kann ich mir auch noch. Hast du Holz? Ja. Auf jeden Fall ist das da. Ist das Gold oder Eisen? Das ist Eisen. Ich gerille gerade mein Essen. Wenn du Kohle brauchst. Alter, wenn du Kohle brauchst, kommt zu mir. Nee, ich hab noch 23. Hey, da unten ist obsidiert. Soll ich's mit dem Enderman aufnehmen? Nee, ich renne nicht auf den Zug. Wir haben noch kein Bett, deswegen. Alter, was ist das für ein Sound? Fuck. Und trafen bitte. Ich bin komplett bei mir. Danke. Ja!